Musik Ja, also wenn wir unterwegs sind, machen wir uns natürlich vorher Gedanken, was wir alles mitnehmen wollen zu essen. Man hat ja da verschiedene Voraussetzungen, die das Essen erfüllen muss. A, möchte ich wenigstens einmal am Tag zum Beispiel eine warme Mahlzeit haben. Das soll natürlich geschmacklich halbwegs passen und wir müssen natürlich darauf achten, dass die Zutaten, die wir mitnehmen, a, nicht den Platz sprengen im Rucksack und b, auch nicht zu viel Gewicht mitbringen. Und was natürlich wesentlich ist, wir haben keine Möglichkeit zur Kühlung. Das heißt, alle Sachen, die wir mitnehmen, sollten auch mehrere Tage ohne Kühlung locker aushalten. Da haben wir zum Beispiel, nehmen wir gerne eine Salami mit. Die kann man schön zum Anbraten benutzen oder wenn man sich ein Brot macht. Also Salami ist immer mit dabei. Tipp Nummer 1. Wir haben mitgenommen natürlich die Salami. Die haben wir ja klein geschnitten. Dann habe ich immer so ein kleines Flässchen mit Olivenöl dabei. Das habe ich mir umgefüllt, damit ich nicht die riesen Flasche mitnehme. Und ist natürlich zum Anbraten ideal. Und dann bereiten wir uns diese Zipperbeutel zu Hause vor. In diesem hier haben wir jetzt den fertigen Kartoffelbrei, so als Pulver gibt es da zu kaufen. Das bereiten wir uns zu Hause schon vor. Das heißt, da kommt noch dran ein bisschen eine Prise Salz, eine Prise Zucker. Dann haben wir noch mit dran Röstzwiebeln, eine halbe Handvoll da mit reingeschmissen. 1-2 Löffel Milchpulver. Da ist das also gleich vorher fertig. Brauche auch nur noch aufgegossen werden mit Wasser und die Salami. Die macht es ein bisschen herzhafter. Und das ist eigentlich eine schöne Portion, die man sich da so zurecht macht. Füllt genau zwei Tassen. Ist für uns beide ideal und durchaus sättigend. Also damit sind wir ganz zufrieden. Tipp Nummer 2. Wir nehmen uns Couscous mit und dazu eine Fertigsauce. Couscous ist natürlich auch prima zum Transportieren. Für zwei Personen brauchen wir nicht viel. Wir haben jetzt hier mal 150 Gramm Couscous genommen. Dazu brauchen wir 300 Milliliter Wasser. Und dazu halt diese kleine Fertigsauce. Das ist eigentlich auch schnell gemacht. Das brauchen wir nicht viel dazu. Kann man sich auch nochmal mit der Salami ein bisschen verfeinern. Wir machen das ja ganz gerne da noch ein bisschen dran. Und ja, wobei die 150 Gramm für zwei Personen oder für uns zwei Personen, muss man vielleicht sagen, schon mehr als ausreichend war. Also da hatten wir jede Menge übrig. Da konnten wir noch vom Frühstück davon essen. Tipp Nummer 3 sind Bennocks. Das habe ich mit meiner Tochter schmackhaft gemacht, indem ich ihr vom Indianerbrot erzählt habe. Heute zum Abendbrot oder zum Mittag gibt es Bennocks. Da brauchen wir wieder ein bisschen Öl. Zwei Tassen Mehl. Das haben wir zu Hause schon zusammengerührt. Da ist schon Salz und Backpulver mit dran. Da kommt zwei Teelöffel Backpulver dran. Da bleibt ein Teelöffel Salz. Wir haben jetzt noch zur Verfeinerung ein paar Rostzwiebeln mit dran gemacht. Dann brauchen wir eine Tasse Wasser. Die haben wir hier schon. Schütten wir mit dran. Ups, ein bisschen daneben geschüttelt. So, dann wird das gleich gut geknetet. Das mache ich jetzt. Das ist jetzt nicht der schönste Bennock auf Erden geworden. Wahrscheinlich ist es ein bisschen dick. Da habe ich mit dem Teig entweder zu wenig oder zu viel Wasser. Ich bin mir noch nicht ganz schlüssig. Aber es ist ein Fladen geworden. Geschmacklich ist es in Ordnung. Haut mich jetzt nicht vom Hocker. Aber ja, das geht schon. Und Tipp Nummer 4. Das ist für uns zum Frühstück. Und das war wirklich mega lecker. Wir haben uns das zu Hause auch wieder ein bisschen vorbereitet. Da nimmt man 130 Gramm Couscous. 20 Gramm von dem Milchpulver. Ein Teelöffel Zucker. Eine Prise Salz. Dazu ein paar, wir haben ein paar Kokosraspeln noch mit dran gemacht. Und ein bisschen Kakao. Das war auch so ein lockerer Teelöffel. Machen da auch wieder Wasser dran. Hier sind es 200 Milliliter bei dem. Und man kann es natürlich nach Belieben ein bisschen mehr oder weniger Wasser. Je nachdem welche Konsistenz man gern hätte. Und das essen wir zum Frühstück. Und das ist mega lecker. Und es macht wirklich nicht viel Arbeit, wenn man das zu Hause sich schon vorbereitet. Es nimmt nicht viel Platz weg. Und es ist sehr lecker. Sehr empfehlenswert. Zuletzt auch noch ein guter Tipp, wie ich finde. Es sind 5-Minuten-Tarinen. Die füllen wir uns vorher in so Zipperbeutel ab. A, nimmt die weniger Platz weg. Und dann können wir auch mehrere Portionen in einem Beutel unterbringen. So, ja. Von Sparfüchsen und Waldmeisen. Dann.